Der Dom ist für mich ein ganz besonderer Ort, weil er wie nach Hause gekommen ist. Weil dies eine Stelle ist, wo seit vielen Jahrhunderten Gottesdienst gefeiert wird. Der Dom ist ein besonderer Ort für mich, gerade als Künstler, weil er eine besondere Ästhetik hat. Ich bin im Dom zum Priester geweiht worden und das war für mich ein einschneidendes Ereignis, was mein ganzes Leben geprägt hat. Die Petrusfigur im Eingang des Doms ist auch etwas ganz Besonderes, denn Petrus ist der Namensgeber des Doms. Wir sind ein Petrusdom, eine Peterskirche und sie ist auch deswegen etwas Besonderes, weil sie zu den modernen Figuren im Osterbrücker Dom gehört, wobei modern sehr relativ ist. Die Figur ist von 1980 und für viele junge Dombesucher ist das auch schon antik. Im jungen Jahren war ich wie viele andere meiner Generation auch mal Briefmarkensammler, aber die Briefmarken vom seligen Rainer, die der Fürst von Monaco herausgegeben hat, habe ich leider nie in meine Sammlung bekommen. Er war ein Mensch des 13. Jahrhunderts, der auf eine ganz besondere Weise Nachfolge Jesu leben wollte. Er ließ sich einschließen in eine kleine Klause beim Dom und war für die Menschen ein Ratgeber. So hat er auch sein Grab im Dom gefunden. Nils Stehnsen war ein vielseitig interessierter Mensch, ein Naturwissenschaftler. Er hatte auch philosophische Kontakte, Leibniz in Hannover. Er war ein Mensch, der immer auf der Suche war. Diese Suche hat ihn in die katholische Kirche geführt, zur Überraschung seiner Zeitgenossen. Die Lübecker Märtyrer sind mir persönlich sehr nah, weil ich meine zweite Stelle als Geistlicher in Lübeck hatte und in der Wohnung eines der Lübecker Märtyrer wohnen durfte. Sie sind ja nach nur kurzer Zeit, in der sie als Geistliche gewirkt haben, 1943 gemeinsam hingerichtet worden. Diese ganz persönliche Berührung mit dem Schicksal dieser jungen, muss man sagen, damals jungen Geistlichen, das ist mir auch für mein ganzes Leben sehr wichtig geworden. Im Altarraum befindet sich der Hauptaltar, an dem heute die Messen gefeiert werden. Es befindet sich aber im hinteren Bereich auch der sogenannte Hochaltar, der ganz reich verziert ist und wo früher die Messen gefeiert wurden. Ich finde an unserem Altarraum des Domes interessant, wie sich der Altar selbst aus dem Boden gewissermaßen erhebt, weil der Altar ja aus dem gleichen Stein ist wie die Kirche und damit richtig aussieht, als ob der ganz fest verwachsen und ganz fest hier auf dem Boden steht. Und das finde ich wichtig, dass auch unser Glaube fest auf dem Boden steht. Ich verbinde mit dem Triumphkreuz eines der herausragenden Stücke im Osterbrücker Dom. Ich muss immer wieder daran denken, dass dieses Kreuz 800 Jahre alt ist. Und die Menschen vor vier, fünf oder 600 Jahren haben es von der gleichen Stelle bewundert und angeschaut, wie wir das heute auch noch tun. Es ist sechs Meter hoch und vier Meter breit und es zeigt nicht nur den verstorbenen Christus, sondern auch den Auferstandenen. Seine Arme sind ganz durchgedrückt und auch seine Beine. Sein Körper ist angespannt und das ist natürlich eigentlich nicht möglich. Wenn jemand tot am Kreuz hängt, müsste ihn sein eigenes Körpergewicht herunterziehen. Dadurch, dass er aber diese Haltung hat, hat der Künstler es geschafft zu zeigen, dass dort nicht nur der verstorbene Christus zu sehen ist, sondern auch der, der über den Tod triumphiert. Eine Domkirche hat ein Domkapitel. Das ist ein Kreis von Priestern. Dieser Kreis von Priester hat als vornehmste Aufgabe, wenn es mal nötig ist, einen neuen Bischof zu wählen. Es hat aber auch zu sorgen für die Gottesdienste am Dom. Das ist eine jahrhundertealte Tradition. Und das Domkapitel hat die Plätze in diesem Chorgestühl. Den Bischofsstuhl erkennt man leicht, weil er besonders ausgestattet ist. Der trägt ja auch das Wappen des Bischofs. Der Bischofsstuhl wird auch mit dem Fachausdruck Kathedra genannt. Daher auch der Name Kathedrale. Und es ist eigentlich der Lehrstuhl des Bischofs. Es wird bei uns am Dom seit, ja man kann sagen, seit gut 1000 Jahren auch Musik gemacht. Wir pflegen mit den Chören am Dom ein besonders breit gefasstes Repertoire. Es ist eben gerade auch spannend für die Sängerinnen und Sänger unserer Chöre, Musik in all ihren Facetten kennenzulernen. Und auch Musik, die für solche Räume auch komponiert wurden durch die Jahrhunderte. Die Orgel über dem Hauptportal ist noch gar nicht so alt, ist 2003 eingeweiht worden. Und man kann mit dieser Orgel wirklich ganz, ganz tolle akustische Akzente in diesem Raum eben auch setzen. Es gibt eine zweite Orgel im Dom, im Seitenschiff, der Standort, wo diese Orgel steht. Das ist auch genau der Standort, wo wir mit den Chören immer stehen, wenn wir in den Gottesdiensten singen. Das ist aber auch ein ganz besonderes Instrument. Diese Orgel stammt aus einer ganz berühmten Orgelwerkstatt aus Frankreich, die Werkstatt Moutin-Cavalier-Col. Und wir sind sehr froh, dass wir eine dieser wenigen Instrumente, die noch existieren aus dieser Werkstatt bei uns im Dom stehen haben. Der Kreuzgang ist einer der beliebtesten Orte und auch einer der meistfrequentierten. Das Schöne ist, dass viele Menschen auch von der Straße in den Kreuzgang hineingehen. Das heißt, man muss gar nicht durch die Kirche gehen. Und viele nutzen das auch, diesen Zugang durch die Straße, um in den Kreuzgang zu gehen und einen Moment einfach Ruhe tanken. Wir sind ja mitten in der Stadt. Die große Straße, die Einkaufsstraße ist dort. Die Busse fahren dort vorbei, Autos. Aber dort ist immer ein Moment der Stille und der Einkehr. Innerhalb des Kreuzgangs ist ja der Domherrenfriedhof. Und wenn ich dort an die Gräber trete, gibt es eine Reihe von Gräbern von Mitbrüdern, die ich gut gekannt hatte oder die mir in meinem Leben mal gute Begleiter waren. Zum Beispiel der Priester, der in meiner Heimatkirche tätig war, als ich Kind war, an den ich von Kinderzeiten eine Erinnerung habe, aber war später hier Domkapitular und ist dort beigesetzt. Finde ich schön, einfach mal dort die Daten nochmal zu lesen und auch ein Gebet zu sprechen. Das Besondere an der Kapelle unter dem Turm ist, dass dort viele Menschen tagtäglich einkehren, um still zu werden. Die Kapelle unter dem Turm ist ein Ort, wo Menschen hinkommen, um eine Kerze anzuzünden. In der Kapelle hängt das Bild der Mutter Gottes mit dem Jesuskind auf dem Arm. Dieses Bild nennt man die immerwährende Hilfe und der Gedanke dabei ist, dass die Mutter Gottes eine Hilfe, eben eine immerwährende Hilfe für die Gläubigen sein soll. Das Besondere am Kreuzweg im Osnabrücker Dom ist, dass er nicht an der Außenseite ist, sondern an den Innenseiten der Pfeiler. Das hat man damals so gelöst, damit die Ruhe im Raum nicht gestört wird und das halte ich für eine ganz spannende Lösung. Das Besondere des Kreuzweges im Osnabrücker Dom ist, dass es nicht einfach Bilder sind, die an die Wand gehängt sind, sondern Bilder, die in die Säulen eingelassen sind. Und damit macht der Kreuzweg uns deutlich, dass diese großen schweren Säulen, die den Dom stützen und die Kirche tragen, dass das letztlich Jesus selbst ist, der die ganze Kirche trägt und hält. Die Marienkapelle ist ein besonderer Ort im Osnabrücker Dom. Unter der Kapelle befinden sich die Gräber der Osnabrücker Bischöfe. Es ist ein besonderes Recht der Bischöfe, dass sie in ihrer Kathedale beerdigt werden dürfen. Und in manchen Kirchen gibt es eine Krypta, also unteredische Räume, in die ich reingehen darf, die ich besichtigen kann. Das geht im Osnabrücker Dom nicht, aber der Ort ist durch eine Platte im Boden gekennzeichnet. Und ich sehe auch, wie viele Bestattungen dort schon stattgefunden haben. Es gibt elf Wappen an den Wänden und das verweist darauf, dass dort elf Bischöfe schon ihre letzte Ruhe gefunden haben. Das Glockengeläut am Osnabrücker Dom existiert in dieser Form seit 1954. Das sind Stahlglocken aus Gussstahl. Die größte Glocke im Dom wiegt fast fünf Tonnen. Und in dieser Größenordnung sozusagen ein Instrument herzustellen, das sind Glocken ja, was dann auch eben einen besonders schönen Klang hat, ist wirklich eine besondere Herausforderung. Das ist ein wirklich besonderer, toller Klang, den man auch nur live so erleben kann. Das Entscheidende in der Sakramenzkapelle ist eben, was man so erst einmal nicht sieht hinter den Türen. Das Tabernakel ist ein Gefäß mit der Eucharistie drin, mit der Kommunion, von der wir als Christen glauben, als katholische Christen, dass da Gott gegenwärtig ist. Ich mag die Sakramenzkapelle sehr gerne und gehe da auch gerne hinein, weil es eine ganz kleine Kapelle ist in diesem ganz großen Dom. Ein kleiner Ort, wo man auch irgendwie sehr geschützt sein kann und ganz in Ruhe für sich beten kann. Auf jeden Fall ist der Sinn des Beichtstuhls, dass man ein sehr persönliches Gespräch führen kann über die eigene Lebenssituation. Normalerweise wird man im Beichtstuhl die Schwierigkeiten zur Sprache bringen, die man im eigenen Leben hat. Und der Priester wird einem Hilfen geben, wie man sich ändern kann. Im Beichtstuhl kann man selbst als Priester sehr viel lernen. Ich kann da sagen, über mehr als 40 Jahre, die ich das mache, lerne ich, wie sich die Gesellschaft verändert, wie sich das Denken der Menschen verändert und wie sich auch das Bild von Gott verändert. Der Beichtstuhl ist ein ganz verschwiegener Ort. Das Kerstinbrock Epitaph ist kein Grabmal. Das ist ganz wichtig. Es ist eben ein Epitaph und das erinnert an ein Grab, an einen Verstorbenen. Ferdinand von Kerstinbrock war ein Osnabrücker Domherr und es war nicht unüblich, dass man an diese wichtigen Persönlichkeiten mit einem Epitaph erinnert hat. Das Schöne und Spannende an dem Epitaph ist, dass man es auch vom Altarraum im Osnabrücker Dom sieht. Und viele, auch Jugendliche, sind gleich ganz aufmerksam, wenn sie sich das anschauen und sagen, da ist ein Skelett. Vieles ist ja sehr fremd in der Kirche für immer mehr Menschen, aber das sind so Anhaltspunkte, um mit den Leuten noch ins Gespräch zu kommen. Ich finde das Taufbecken des Osnabrücker Domes recht ungewöhnlich. In den Kirchen, wo ich bisher tätig war, habe ich niemals ein solches Taufbecken gesehen. Das Bronzematerial, die Gestaltung, die Jahrhunderte, die dieses Taufbecken alt ist. Wie viele Generationen an diesem Taufbecken getauft wurden, das finde ich beeindruckend. Die Osterkerze ist ein Symbol für Christus, das Licht, das Licht unseres Lebens. Und in der Taufe wird mir dieses Licht neu geschenkt. Und darum gehört die Osterkerze zur Taufe. Und eigentlich werden in jedem Jahr auch an diesem Taufbecken Erwachsene getauft. Und das finde ich auch immer ein schönes Zeichen. Zum Christ werden ist es nie zu spät. Die Kanzel hat heute für den Gottesdienst eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Früher wurden von dort die Predigten gehalten. Das machen wir aber heute vom Bambu aus. Die Kanzel ist eines der Elemente im Osterbücher Dom, die aus der Barockzeit stammen. Deswegen auch ganz reich verziert und reich geschmückt ist. Solche Räume, die auch so gebaut sind wie dieser Dom in diesem späthomanischen Stil erbaut, Da hört man als Musiker, selbst wenn keine Musik im Dom stattfindet, immer auch so einen besonderen Klang des Raumes. Das hat auch was mit der besonderen Bauweise eines solchen Ortes zu tun. Aber auch eben damit, wofür dieser Ort gebaut wurde. Das ist ja ein Ort des Gebets, der Stille, der Kontemplation. Und trotzdem hat man immer den Eindruck, etwas zu hören in dem Raum. Die Westfassade des Osnabrücker Doms prägt bis heute die Stadt. Natürlich ist heute die Bebauung viel enger. Es gibt viel mehr Häuser. Aber ich finde immer noch, man kann sich gut vorstellen, dass früher man den Dom von weit her schon gesehen hat. Und er ist eben immer noch absolut prägend auch für unser Stadtbild. Und er ist eben noch, man kann sich gut vorstellen,